Ja, meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit. Minerva ist am Start und sie hat wieder super geile, tolle Angebote für uns parat, wo sie sich aufhält, was sie so im Sortiment hat. Das zeige ich euch heute in diesem Video und damit heiße ich euch natürlich recht herzlich willkommen, liebe Wortbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Minerva, wo befindet sie sich jetzt aktuell? Und zwar bei Fort Atlas, hier bei der Bruderschaft, sollte jedem bekannt sein. Und vom Spawn aus dreht ihr euch einmal rum, lauft hier unten den Berg runter und dann steht hier auch schon ganz schick und nett ihr Zelt. Warum sie in einem Hazmat Suit dasteht, ich weiß es nicht, wahrscheinlich wurde hier vor kurzem mal genuket. Wir schauen uns mal an, was hat die gute Frau und zwar hat sie einige Baupläne und zwar Modifikation für die Kreuzritterpistole. Das ist der Wahnsinn, meine lieben Freunde. Hier Kreuzritterpistole, Fusionsverschluss, falls ihr das braucht. Kreuzritterpistole, für die, die es nicht wissen, das ist die Bruderschaftspistole. Den Bauplan dafür bekommt ihr entweder bei Minerva oder bei den Daily Operations. Ja, diese Kreuzritterpistole, ähm, ja, diese Bruderschaftspistole halt einfach. Ähm, dann hier natürlich Kryoverschluss, dass man mit Kryolator schießen kann quasi, ja, oder Pyroverschluss, auch sehr gut. Dann natürlich die Neonschilder, dass es geöffnet ist oder hier natürlich alles für die Speerrüstung. Falls ihr noch die Baupläne für die Speerrüstung braucht, dann holt sie euch jetzt bei Minerva, meine lieben Freunde. Das ist ein Top-Angebot. Wer da nicht zuschlägt, dem ist nicht mehr zu helfen. Und in diesem Sinne danke ich euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zocken. Guten Loot, macht nicht so viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus, Le und ciao. Und, äh, Daumen hoch und abonnieren und Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschau-sen.